Hallo, hier ist der Martin von Mallymonkeys, das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, den 14.07.2021 und unser DAX, der hat hier heute wie ein bockiges Kind, ja, wollte weder oben nach unten. Ich hatte es heute früh sogar im Chat geschrieben, also so, wenn ich so alles zusammen gewertet hatte, was ich werten konnte an User-Feedback und so weiter und so fort, habe ich gesagt, ich habe gar keine Ahnung, was er da jetzt machen soll, weil die einen, die sind total kontraindikativ auf der Long-Seite, übermütig, die anderen sind auf der Short-Seite mit komischen Positionen unterwegs, sodass ich gesagt habe, ich könnte es gar nicht bewerten, wo es jetzt kontraindikativ hingehen soll und offensichtlich hat unser DAX sich da jetzt auch schwer getan, da irgendwie eine Bewegung rauszumachen. Zum einen hatte die einen, die aggressiv hier oben natürlich jetzt rauslaufen wollen, die dort auch sehr sicher und sehr zuversichtlich sind und auf der anderen Seite hat er unten natürlich noch viele, die hier in der Bewegung dumme Positionen aufgebaut haben, die ihm jetzt langsam ein bisschen, naja, die sich unwohl anfühlen. So, was kann er da natürlich am besten machen, seitwärts raus, wenn er sich erstmal Zeit erkauft hat. Also wir stehen doch immer an der gleichen Situation, an der gleichen Stelle wie gestern, haben vom Tagesschart eben eine, das müsste eine rote Tagesscherze geworden sein, vom oberen Bollinger Band weg, wenn ich das jetzt so richtig, naja, rot ist sie nicht, aber es ist ein, naja, ist auch nicht vom Band weg, war ja nicht dran, das Band wäre ein bisschen höher gewesen. Also ich hätte jetzt gedacht, es war eine rote Tagesscherze vom Band weg, das Ganze hat sich dann doch nicht angeführt. Inside Day, es ist einfach nur ein kleiner Unterbrechungstag, Doji, Unsicherheit, und, ja, es haben wir natürlich jetzt auch keine absolute Bullenpower, das muss man schon sagen. Also, na, freilich ist es stark, dass er nicht abverkauft wurde, dass er sich so hoch halten konnte. Man darf schon die Frage in den Raum stellen, ja, warum ist er nicht gestiegen halt, ne? Also, was will er doch vielleicht nur das Doppeltop stellen da an die 15.800? Und, naja, kann man das eigentlich alles so belassen, alles so wie gestern? Es ist unverändert, es ist absolut unverändert. Es ist die gleiche Ausgangslage, der Tag ändert gar nichts, der ändert wirklich gar nichts. Es bleibt dabei, dass wir unten diese Zone haben zwischen 7,35 und 7,15, in der er sich ein bisschen hochstoßen kann, die rutscht unten jetzt natürlich ein bisschen tiefer, dadurch, dass der Trend abfällt. Naja, es ist jetzt nicht mehr 7,15, es ist jetzt die 7,10, ansonsten ist alles gleich. Das heißt, sollte er noch mal runterkommen, könnte er sich dort abstoßen, dann könnte er sich hier abstoßen, noch mal weiter hochdrehen, das wäre vollkommen okay. Tiefer will ich ihn nicht, auch wenn er ein kleines Puffer nun bekommt, im Sinne eines Überreizens, hier bis kurz 6,70 runter, stelle wieder zurück, wäre er okay am Mittwoch. Das heißt, schwacher Start am Mittwoch, schnelle Umkehr nach oben, bis spätestens aber dann auch, weiß nicht, also, wenn er sowas macht, dass er einen langen Mittwoch oben rausliefert, dann sieht man oft, dass er 9,39 nach unten sticht. Na, früh schon, manchmal sogar vor 9 Uhr. Und sich dann nach oben auftritt, zeitig, sehr, sehr, sehr zeitig schon. Das heißt, wenn wir gesehen haben, dass der Früh schon so vor 10 Uhr, auf jeden Fall hier unten einen Tief gemacht hat, und er steht dann so, keine Ahnung, 10, 10, 30, 11 Uhr, 11, 30, 12, alles, was danach kommt, je höher, hat er das Potenzial, bis Tagesende durchzusteigen. Das sollte man im Hinterkopf behalten. 8,80, kleine Zwischenstation, einfach, weil sich das Bollinger Band jetzt hier reinzieht, und die 9,40, dann natürlich in der Zweitanlauf. In dem Moment, wo es unseren DAX gelingt, oben rauszukommen, würde natürlich auch zählen, wenn er direkt, gar nicht schwach reinsteht, direkt oben rauszieht, hat er natürlich auch das Potenzial. Das unverändert zu gestern. Liefert er oberhalb der 800 weiter, generiert neue Allzeithochs, sind es technische Kaufsignale, das ist einfach so. Grundsätzlich wurden die in der Vergangenheit oft abverkauft, bleibe dabei, ich will das aber erst sehen. Ich will erst sehen, dass er schwächt ist. Das ist keine Schwäche für mich. Das ist keine markante Schwäche, wo ich sage, oh mein Gott, was ist da los? Da sieht es im Nasstag anders aus. Wenn man da gesehen hat, was der über den Tag produziert hat, das wird eine interessante Situation für die restliche Woche dort, denke ich. Im DAX, der hält sich hier noch bedeckt. Das ist für mich nichts. Das ist für mich absolut unverändert zum Vortrag. Anders kann ich das nicht bewerten. Das heißt, die Zone bleibt gleich, die Zone ist wichtig. Alles, was über 800 geht, hätte ich jetzt ein bisschen Platz bis 880 und eben auch bis zur 940. Von dort könnte ich mir jetzt natürlich, da er hier seitwärts geschlagen hat, vorstellen, dass er dort deutlicher reagiert, dass er dort schön zurückschlägt. Da haben wir gestern gesagt, dass er wahrscheinlich dort seitwärts läuft, wenn er direkt ranspringt. Aber das seitwärts hat er jetzt hier gemacht. Warum soll er es da oben nochmal machen? Also natürlich kann er es auch nochmal machen, aber da würde ich schon eher denken, dass er das so ein bisschen wie so einen kleinen Short-Squeeze probiert. Schnell oben ran und dann zurück. Vielleicht 14.30 oder irgendwie so ein schönes Timing findet. Da geht momentan immer ganz gut was über die Planke. Ja, von daher wäre das eigentlich Idealzustand, wenn der DAX, also für die, die ihn oben haben wollen, für ein bulliges Szenario wäre es tatsächlich gut, wenn er schwach reinkommt, kurz schwach rein, unten antäuschen, schöne Bärenfalle stellen und dann hart umkehren und dann richtig schön lang rausschieben. 14.30 Uhr nochmal schön spike dann an die 15.49 Uhr wieder zurück, um die 15.88 Uhr dort aus dem Tag aus dem nächsten Tag weitermachen. Wäre perfekt. Das wäre für einen Bullischen Mittwoch sehr typisch und wenn er unten raus will zum Mittwoch, wenn er jetzt vom oberen Bullinger-Band im Tagesschart sich wegdrehen will, dann würde ich ihn auch hier drunter sehen. Da muss er durch, unter die 700 durch, unter die 6.70. Dann wäre ich auch wieder ein bisschen freier, den hier ein bisschen anzuzielen, anzupeilen und auch mal wieder Richtung 5.50, 4.20 vielleicht Position zu suchen halt. Also so würde ich jetzt rangehen. Mir kann ich gar nicht mitgeben, brauchen wir es nicht länger machen als nötig. Ich glaube, die letzten zwei Tage haben wir genug drüber gesprochen, wie wichtig das Risiko ist. Haben auch heute im Premium-Verteiler da nochmal ein bisschen was rumgeschickt, einfach weil ich aus Zuschriften relativ viele Leute gerade wieder habe, die hier anfangen, Blödsinn zu machen. Und das trotz, dass wir wochenlang diesen Moment vorbereiten, wo wir eben mal ausbrechen können. Und er ist ja im Ausbruch drin. Er kann jetzt, wenn er oben raus will, er ist im Ausbruch. Das ist bei 7.10 Uhr, ist er ja schon oben raus. Die Frage ist, wird es jetzt ein Fehlausbruch? Tretet sich jetzt wieder nach unten ein? Da hatten wir ja Stand vor, vor gestern gesagt, 7.80 bis 8.20 wäre ideal für so einen Bereich. Da ist er, da ist er nämlich nicht drüber. Das heißt, die Option hat er noch. Aber das will ich erst sehen. Und wenn nicht, dann geht er weiter. Und wir haben jetzt momentan relativ viele, die wirklich hier blöde Positionen sich reingeholt haben, mit denen sich auch doll unfühl fühlen, die auch ein bisschen größer waren als geplant und so weiter. Vielleicht im Minus noch ausgebaut worden. Da gibt es wirklich mehrere, die da momentan unterwegs sind. Und das ist manchmal eher oft kontraindikativ. Das muss man schon so sehen. Aber wie gesagt, wir haben auch auf der anderen Seite recht akkretives Long-Verhalten. Leute, die sich da sehr sassistisch sind. Und da natürlich auch mit übermässigen Positionen, sowas ist auch immer so ein bisschen kontraindikativ. Also dagegen kann ich nicht so richtig sagen. Da spricht es das eine für hoch, das andere für runter. Eigentlich würde es eher für weiter seitwärts sprechen. Ich würde trotzdem mich einem Ausbruch öffnen. Also wenn er oben rausgeht, dann geht er oben raus. Dann scheiß drauf, was die anderen sagen halt. Wenn er da durchzieht, 880 ist drin. Auch eine 49 ist drin. Wenn er sich da oben so durchdrückt. Und ansonsten halt hier unten, das ist für mich weiter in Knackpunktstelle. Leider jetzt zum Dienstag nicht angelaufen worden. Er hat sich immer wieder davor gescheut, immer wieder nach unten. Es sah immer wieder da aus. Jetzt macht das jetzt mal zu oder doch wieder umgedreht. Bleibt für mich auch zum Mittwoch. Genauso wichtige Zone. Und wenn er sich da drunter legt, dann wird es nach unten raus wieder ein bisschen flockiger halt. Aber so gesehen hat er noch das Fenster oben offen. Also von der Chartlage her, leicht positiv angehaucht. Und hätte es jetzt deutlich leichter, da oben halt noch Stops zu rollen. Deutlich leichter. Ja, gut. Okay, also wir haben das noch im Sinn. Fehlausbruch so gesehen technisch noch möglich. Haben oben die 49 ein bisschen noch in der Peilung. Wir haben unten den schönen Support um 7,35, 7,10. Dann noch ein bisschen im Blick. Für den Fall, der startet tief rein. Und wissen auch, dass er, wenn er hier drunter taucht, das dann deutlich ein bisschen besser wieder aussieht halt. Aber das wäre wirklich so ein Bereich, wo man sagen kann, von hier kann er auch schnell nach oben drehen. Das heißt, wenn ich einen Short habe, mit dem ich mich schlecht fühle, wäre das wahrscheinlich die vernünftigste Stelle. Um erst mal kurz raus zu gehen, weil wenn er dann hier drunter geht, dann kommt er von unten wahrscheinlich auch noch mal hier dran. Dann kann man hier im Zweifel auch wieder ausbauen. Oder aufbauen. Das heißt, man würde hier bloß einen kleinen Teil weggeben, um sich einfach ein bisschen Bewegungsspielraum wieder zu erkaufen. Weil wenn er dann doch hochdreht, dann hat man hier vielleicht einen Short weggekriegt. Also das ist eine schöne Stelle, ein schöner Unterstützungsbereich eigentlich. Unterstützungsbereich heißt immer das Gleiche. Das ist jetzt nicht bloß bezogen auf Shorts, die jetzt hier gestern, vorgestern, übervorgestern aufgebaut wurden. Es ist immer das gleiche Prinzip, dieses Hin und Her schwanken vom Markt. Er steigt in der Regel nicht am Stück durch, aber es gibt immer phasenweise auch mal recht stringente Bewegungen, wo keine Rückläufe kommen. Kaum Rückläufe kommen und der Markt einfach die Position nicht wieder rauslässt. Und da hilft nur, striktes Risikomanagement, Verluste zu begrenzen. Kennt ihr aus den letzten Tagen. Ich mache deswegen hier zu, wünsche euch viel Erfolg zum Mittwoch und dann hören wir uns morgen wieder in der Hoffnung, dass das gnatzige Kind hier jetzt seinen Willen bekommt, vielleicht nochmal oben und unten alle ausstopft und sich dann mal ein bisschen freier wieder für eine Richtung entscheidet. Das war schon ein bisschen Trauerspiel zum Dienstag hier. Also haben sich die Leute nur so auf die Nase gehauen, ob er nur steigt oder fällt. Und da haben wir gar nichts gemacht. Es ist wirklich manchmal ein kleiner Pisser. Gut, also ich mache aus, ich wünsche euch was und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschö. 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 Vielen Dank.